Wenn ein Angehöriger stirbt, ist ein kompetenter und einfühlsamer Bestatter Angehörigen und Hinterbliebenen eine wichtige Unterstützung. Wir, die Trauerhilfe DENK, unterstützen die Hinterbliebenen mit der Erfahrung und der Kompetenz von mehr als 170 Jahren Bestattungstradition. Informieren Sie sich jetzt unter www.trauerhilfe-denk.de oder telefonisch unter 089 620 1050 und lassen Sie sich in einer der über 100 Geschäftsstellen beraten. www.trauerhilfe-denk.de